ja ein herzliches willkommen ihr lieben leute zum neuen let's play bramble dem mountain king ja was ist das für ein spiel also einmal also erstmals dazu dieses spiel hat mir eine besondere person quasi vorgeschlagen und hat gemeint das könnte mir gefallen schaust dir mal an dann habe ich auf dem xbox game pass gratis halt mal getestet leute ja ich habe schon ein bisschen gespielt und sie hatte recht dieser person mir gefällt es unglaublich gut und vielen dank alexa zockt dankeschön liebe grüße auch von mir ja es ist einfach ein grandioses spiel und ich let's play es jetzt ja was ist das für ein spiel also der entwickler ist einmal dem frost studio und der herausgeber ist merch games veröffentlicht wurde es am 27 april 2023 also noch frisch also eigentlich noch recht frisch das spiel und ja also ich werde um was geht es da also ihr werdet es ja selber sehen bisschen kann ich auch einmal verraten es geht um eine geschwister es geht um geschwister bruder und schwester und der bruder suchte schwester weil die schwester einfach so abgehauen ist oder verschwunden ist und es ist ja eigentlich schaut so aus also lasst euch nicht beirren dieses spiel schaut richtig lieb aus und am anfang denkt ihr das ist doch süß das spiel leute ist es nicht es ist zu beginn so aber es ändert sich schlagartig aufs grausige also ihr werdet es sehen lasst euch nicht täuschen so wir hätten kapitel wir beginnen im kinderzimmer aber ich werde ein neues spiel nehmen ich spiele mit controller mit dem xbox one controller und ja werden wir machen es ist ich sage nur gleich dazu es ist auf englisch aber deutscher untertitel das heißt ich werde es nicht vorlesen ich hoffe ihr könnt es selber durchlesen und ich würde mir wünschen dass ihr euch das durchlesen und so weiter weil es ist eine richtig krasse story wie lange das spiel allgemein geht weiß ich nicht ich schätze mal es wird kein unendlich langes spiel werden aber schauen wir mal also es geht los lest euch also lest den text aus ihr könnt so gut englisch lest den untertitel auf jeden fall einmal durch also während den szenen also ich werde auch nicht vorlesen so neue spiele lieben das abenteuer beginnt so und jetzt starten wir fremple wir machen das abenteuer nightmar woke him up right hand by his mother's bedtime story Er war für seine Schwestern, aber sie war nichts zu finden. So, ihr Lieben. Und so sind wir jetzt im Spielen. Ha, das ist also... Die Geschichte finde ich so cool. Also, ihr habt ja gerade gesehen. Einen Albtraum. Und er sucht aber seiner Schwester Trost. Doch sie ist nicht da, Leute. Ha, Schande. Ja, schauen wir uns mal da ein bisschen um. Was haben wir da zum Beispiel? Da haben wir... Ah, was ist das? Hey, das sind Zinnsoldaten. Also, ich habe es schon ein bisschen gespielt. Jetzt nicht so extrem weit. Der Junge. Also, der Junge heißt Olle. Also, eine olle Frau. Nö. Der heißt Olle und sie heißt... Libertine. Oder irgendwie so komisch. So, mal alles anschauen hier. Ja. Oh. Ups. Na ja. Keine Ahnung. Oh, Leute. Geh runter. Okay. So. Mal ein bisschen herumschauen. Bla, bla, bla. Da, 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 da. Wir sind zu Hause. Wir haben Angst. So wie groß bin ich? Ich bin groß wie ein Bär. Also, nein. Acht, da. Acht, 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 A. Das, ich habe gelesen. Bär. Der Olle und die Lillemore, genau. Die Schwester heißt Lillemore. Die ist ein bisschen größer. Keine Ahnung, was das für eine Größe ist. Was haben wir da? Schau da mal. Ah, okay. Okay. Yep. Ja. 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 Soon, the forest seemed to grow colder and darker. The girl was afraid and she wanted to go home. But Bramble crawled around her arms and legs and she could not get away. And the girl was never seen again. Also, es ist schon tatsächlich... That is what happens when you do not listen to your mother. Especially you, Lilimur. Their mother had said before kissing them goodnight. Ach du Schande, was ist denn das für eine Mutter? Okay. Da liegt auf jeden Fall jemand. Keine Ahnung. Ja, dann... Fenster! Ja! Ja, da hat sie sich rausgeschlägen. Der Schmuck outside scared ihn. Aber nicht mit seiner Freundin ist erinnert ihn noch mehr. Der nahe Biforst war ein familiärer Ort während des Tages. Am Tage, ja, ja, klar. Aber am Abend? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, marschieren wir mal, suchen wir die Schwester. Tannenzapfen. Äh, Leute. Was? Tannenzapfen? Ich renne einmal. Hey, schau dir mal, was ist da oben? Ja, gar nichts. Ja, ich renne einmal kreuz und quer herum, weil es kann nicht sein, dass da irgendwas ist. Zum Beispiel da. Ein Tann... Schau dir mal, ein Tannenzapfen. Also es hat eh schon zu Beginn sowas total Mystisches. Also... Also... Äh. Okay. Ein großer Tannenzapfen in der Mitte und einige auf der Seite, äh, einige rundherum. Äh, kurios, Leute. Kurios. Aua. Richte nicht die Beine. Aua. Da, gehen wir mal da rauf. Jetzt aber rauf hier. Also das wird ein richtig cooles Let's Play. Das kann ich mir vorstellen, Leute. Also... Ich hatte das Spiel, wie gesagt, noch nie irgendwie gesehen oder keine Ahnung was. Eben doch Alexa zockt. Danke noch einmal. Kam mich auf die Geschmacken, es einmal zu testen. Das hat mich sofort geparkt von der ersten Sekunde an. Und wenn es ein Spiel ist, was mich von der ersten Sekunde an packt, Leute, dann ist es einfach meins. Oh, setzen wir uns einmal ein bisschen hin. Ja, da ist was. Hä, wieder die Tannenzapfen. Leute, die Tannenzapfen und ein angebissener Apfel. Das warst aber nicht du, Kollege, oder? Keine Ahnung, Leute. Das Abend heuer beginnt. Und ja, Leute, es gibt auch Bossgegner. Das ist total schräg. Es gibt auch Bossgegner bei dem Spiel. Ja, ja. So viel kann ich jetzt schon mal verraten. Okay. So, da haben wir wieder so ein, äh, die Leute, da haben wir wieder, was, was ist denn, was steht denn da? Ah, ein Schlüssel. Schau doch mal, ein Schlüssel ist da drin. Was steht da oben? Svenska Tänzdekor Chör. Flieg runter. Ah, jetzt. Ah, Leute. Ein Schlüssel. Haben wir da noch irgendwas? Hä, was ist das da? Äh. Hey, cool, schaut mal. Da ist eine Figur. Hey, ist das meine Schwester? Lillemore-Figur. Hey, ah ja. Finde die Lillemore. Ah, Holzfiguren. Okay. Errungenschaften und Freigeschalten, Leute. Sonst haben wir eh nichts mehr da, oder? Ah, lala, lala. So, nö. Gehen wir mal weiter hier. Ah, diese Geräusche. Aber da kriegt man schon, bei dem Spiel kriegt man schon wirklich Gänsehaut. Das muss ich ehrlich sagen. Okay. Okay. Springen. Ja, genau. Da gibt es auch wirklich eine Sprungpassage bei dem Spiel. Ja, ja. Oh. What was das? Also, sie ist so ähnlich auch wie so ein Jump'n'Run, so auf die Art halt, ne? Also, sie ist aber auch recht dunkel gehalten, immer wieder. Deshalb habe ich auch ein bisschen die Gamma in die Höhe getrieben. Also, Gamma, diese, die Helligkeit in die Höhe getrieben. Hey, warte mal, was ist da? War da irgendwas? Nö, voll nicht. Ah! Hilfe! Weil es wäre ja noch dunkler nämlich gewesen. Bei der Xbox, wie ich sie angespielt habe, da war es so dunkel, ich habe es ein bisschen in die Höhe getrieben. Also, die, die Helligkeit ein bisschen hoch gemacht. Aber es ist nach wie vor dunkel. Ein Symbol der Hoffnung. Ein Symbol der Hoffnung. Okay, ein Licht der Hoffnung. Naja, was auch immer das heißen mag. Oh Gott. Wer sinkt denn da? Also, seht ihr, es hat schon so einen gruseligen Flair. Aber im Gegensatz zu dem, was noch passiert, ist das Kindergeburtstag hier jetzt. Ich habe Angst, ich habe auch Gänsehaut, auch wenn ich es schon gespielt habe. Also, bis zu einem gewissen Punkt halt. Boah, das geht ins Mark. Dieses Gesinge. Ah! Lillemore! Meine Schwester! душ. Ah! Ja, das ist ja kein Problem, oder? Das ist ja voll lieb und lustig jetzt und so, ah, wenn ich es nicht besser wüsste, Leute. Ups, daneben. Ah, hoppala. Ah, das ist nicht einfach, Leute. Aber wartet mal kurz, vielleicht muss ich ruhig bleiben. Leute. Ja, boom, boom. Ja, danke. Ah, das ist süß. Aufpassen, Mädchen. Also, ihr habt es eh schon gemerkt, es ist so eine Erzählgeschichte. Aus der Erzählperspektive finde ich richtig cool. Das ist das erste Spiel auf diese Art, die ich quasi spiele. Und es... Also, ich... Möchte auch nicht so viel versprechen, aber das ist wirklich Wahnsinn. Und rein da. Hui. Ja, diese Rutschpassage haben sie gut gemacht, Leute. Das ist so geil. Ja, das ist immer so süß, die Schwester will ihn immer beschützen. Also, die Geschichte ist so super auch, ja, muss ich ehrlich sagen. Also, da hat... Da haben sie wirklich super Arbeit geleistet, die Dim Frost Studios. Also, Leute, ich bin für solche Spiele, wisst ihr? Ich mag die. Ah, diese Springpassage finde ich richtig cool. Nicht so schnell, Lille Moor. Hallo. Bleib stehen. Ja, genau. Super. Was ist das? Schau, die Grafik finde ich cool, Leute. So richtig gut gemacht. Das ist mir geschreckt. Oh. Ein Apfel. Die sind so klein, genau. Das ist Wahnsinn. Oh. Das ist süß. Das ist süß. Das ist so süß. Ich habe sie gerade gesehen. Ein Zwerg, Leute. Was ist das? Hä? Eine Fee. Leute. Das ist die Lilly Fee. Hallo? Normalerweise kommt da ja so ein Vogel raus oder ein Kuckuck. Aber da kommt eine Fee raus. Leute. Das ist ja mega. Okay. Ja, das ist... Also bei dem Spiel ist es ja so... Oh, Glocke. Es ist ja so, dass das... Ja, eigentlich vorgegeben auch ist, wenn man hingeht. Also es ist kein Open World. Es ist kein Open World, Leute. So, es ist die Glocke runtergefallen. Was soll das? Gehen wir mal da rein. So. Hallo? Hört die Glocke. Was haben wir da? Okay. Ja, wer ist denn da? Oh, wer bist denn du? Süß, Leute. Hey, du siehst ja gar nichts. Gib deine Mütze in die Höhe. Kleiner Zwerg. Ja, Leute. Ja, was bist du für ein grandioser Kerl. Du bist ein Süßer. Gnome. Okay. Sag der... Sie leben in der Sonne. 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 Die Zwerger, die sie nicht essen wollen, haben sie nicht gehört. Okay. Bis diesen Tag. Aha. Wer isst Zwerge, bitte? Also es kann sich nur um eine Kreatur handeln, Leute. Ja, dann werden wir auch schon mal mit dieser Folge Schluss machen. Das war Folge 1. Ähm... Ja, speichern tut das Spiel eigentlich automatisch. Es gibt aber viele Checkpoints. Also das habe ich schon festgestellt. Es gibt wirklich viele Checkpoints und das ist ziemlich cool. Auf jeden Fall, ihr Lieben, hoffe ich, dass euch das Spiel bis jetzt, bis hierhin gefällt. Mir macht es richtig Spaß, Leute. Und das ist wirklich zum Empfehlen. Es ist ein Wahnsinn. Nochmal vielen Dank, Alexa Zockt, für den Tipp. Sie hat ja gesagt, so schau dir das nochmal an. Es könnte dir gefallen, weil sie ja ungefähr weiß, auf was ich so stehe. Es ist so. Und liebe Grüße nochmal, Alexa. Und auch Flammenherd spielt, wenn du das hier siehst. Auch an meine Mutti, liebe Grüße. Und an alle anderen, die das noch schauen. Ja, ich wünsche euch noch was Schönes bei allen, was ihr tut. Und bis zur nächsten Folge. Game over. Ciao. Ciao.